Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 9595 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Du solltest die Bedeutung von ausreichendem Schlaf für die körperliche Erholung nicht unterschätzen. Du solltest die Bedeutung von ausreichendem Schlaf für die körperliche Erholung nicht unterschätzen. Was möchtest du als nächstes tun? Wir könnten zu den Pferden gehen. Was möchtest du als nächstes tun? Wir könnten zu den Pferden gehen. Was möchtest du als nächstes tun? Wir könnten zu den Pferden gehen. Die Vorbereitung der Lebensmittel und die Zubereitung der Speisen erfolgt durch den Koch. Die Vorbereitung der Lebensmittel und die Zubereitung der Speisen erfolgt durch den Koch. Die Vorbereitung der Lebensmittel und die Zubereitung der Speisen erfolgt durch den Koch. Das Glück kommt oft in den unerwartetsten Momenten. Das Glück kommt oft in den unerwartetsten Momenten. Ein Eventmanager ist verantwortlich für die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. Ein Eventmanager ist verantwortlich für die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. Als Tierärztin habe ich natürlich nicht nur mit Schweinen zu tun, sondern mit allen Tieren. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.